Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik und Haushaltsgeräte. Heute habe ich das Samsung GQ55Q70CATXZG Fernsehempest. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet. Kommen wir nun zum Testbericht. Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll, Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel. Dieses Modell verwertet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernseher beträgt 100 Hertz. Viel Performance dank künstlicher Intelligenz. Der Quantum-Prozessor 4K kann mit Hilfe künstlicher Intelligenz, AI, für eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen sorgen. So gehen Bedienvorgänge wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps extrem schnell. Helligkeit, Kontraste und Sound kann der Prozessor fast in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt. Filmreife Bilder dank satter Kontraste. Hollywood is coming home. Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10 Plus beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen für lebendige Bilder. Exklusiv auf Samsung TVs. Pantone Farben. Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss von Pantone zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2030 Pantone Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das Pantone Farberlebnis bieten können. Eye Comfort Modus. Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der Eye Comfort Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und Untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an. MS. 100% Farbvolumen mit Quantum Dots. Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Ihr Schöpfer ist die Quantum Dot Technologie, die Farben mit bis zu 100% Farbvolumen erzeugt und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei. Dual LED. Die integrierte Dual LED Hintergrundbeleuchtung sorgt für intensivere und zugleich feinere Kontraste, indem sie den Farbton immer genau dem Inhalt anpasst, den du gerade schaust. Die Farbe des Fernsehers ist schwarz. Er wiegt 16,1 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 123,29 Zentimeter in der Breite, 70,87 Zentimeter in der Höhe und 2,57 Zentimeter in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 FESA Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Es ist außerdem Energy Star und ROS zentifiziert. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Lutzung beträgt 131 Kilowattstunden pro Jahr. AirSlim. Das faszinierend filigrane Design lässt dein TV beinahe mit der Wand verschmelzen. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse. 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45, 4x HDMI 2.1, 1x Cable Antenna in, F-Type female, 1x Optical Audio out, 1x RS232 C. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards. LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, Wireless Dex, Wireless TV On, Wired TV On. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über die i-Arc an den Fernseher angeschlossen werden. Object Tracking Soundlight. Der von OTS Light erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt sich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 7.0 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Das war's mit unserem Testbericht zum Samsung GQ55Q70 CATXZG Fernseher. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!